ja yoga so sollte die nächste hier ein bau kommt in my youtube channel update 2016 hier um er was trofiger ist und zwar ist es so ich habe vor sechs sieben monaten ein video hochgeladen von final fantasy 13 drei lightning returns was ich aber noch nicht let's playt ab sondern es war ein ein video in denen ein npc ein team song von dem von dem game die kraft hat und das ging sechs minuten lang und wie gesagt dieses video hat die sechs monate wenn ich sogar sieben monate auf meinem channel und wurde vor zwei drei tagen deswegen verbar habe es zwar direkt runter gelöscht aber die konsequenzen sind trotzdem da geblieben und zwar wurde mein youtube video länge limit entfernt das heißt ich kann wieder nur noch 15 minuten aufnehmen und des schlimmstenfalls für ein komplettes halbes jahr ja komplettes halbes jahr und ihr wisst ich bin nicht mehr der typ der nur 15 minuten aufnimmt und deswegen solange diese sperre da sein wird mache ich eine pause das wird wahrscheinlich eine sommerpause ich habe youtube schon geschrieben dass ich das ziemlich unfair finde dass die mich jetzt sozusagen wegen einem video cashen dass ich schon mindestens sechs monate drauf habe wieso sie mich nicht gleich informiert haben damit ich sofort lösche sondern erst nach sechs monaten und ich habe es direkt nach dieser verwarnung runter gelöscht und habe trotzdem mein video länge limit entfernt also habe ich jetzt nicht mehr ich habe jetzt wieder nur noch 15 minuten und das finde ich pretty bullshitty das einzige was ich machen kann sind tutorials oder so halt so sachen die nicht wirklich 15 minuten brauchen oder ich streame sache auf sachen auf twitch um wobei ich nicht wirklich was auf twitch stream kann weil ich noch nicht so viele ps4 games habe obwohl ich habe mir jetzt nicht für spiel da das habe ich vergessen rein zu machen aber auf jeden fall kommt jetzt ein bild mit lauter logos von projekten die ich noch weiter führen werde die in der zukunft noch kommen werden vielleicht kommt da noch viel mehr dazu aber das war jetzt das was mir so eingefallen ist wie gesagt net for speed habe ich jetzt vergessen rein zu machen aber ich hoffe es ist trotzdem was dabei wo ihr sagen könnt okay darauf freue ich mich und ja das war es jetzt auch schon thank you for watching see ya after my big break the blue gangs is out peace youtube world geht